Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecile hier und herzlich willkommen zurück zum knallharten Taste Test. Heute mit... Aua! Nein, ich habe hier nicht weh getan. Marker ist Aua! Und zwar sind es die Schnitten mit Haselnuss. Sieht so ein bisschen aus wie die Manna-Waffel. Da ist grün, der Greenscreen fühlt sich wieder toll. Das hätte er im besten Tag seines Lebens. Ja, sieht aus wie Manna, ne? Guck mal, ob es auch so gut schmeckt wie Manna. Aber Manna-Waffeln sind halt das Beste, was es gibt. Super lecker und... Ah, das ist einfach immer ein Fest, wenn man die isst. Guck, ob die hier mithalten können. Ob die geschenkt bekommen, ich weiß gar nicht, wo es die gibt. Aber ja, wir testen das mal. Aua! Haselnusschnitten. Okay. Die kleben einfach zusammen. Bester Ersteindruck. Bester Ersteindruck. Der menschliche Körper ist schon ein Meisterwerk, ne? Kauen und schlucken und ja. Ihr wisst es ja. Schmeckt sehr gut. Nicht so gut wie Manne. Habe ich mir schon gedacht. Die Waffel schmeckt ein bisschen billiger, aber es schmeckt eigentlich wie Hanuta. Schmeckt wie Hanuta, nur dass die Waffel weiß ist, bedeutet, ich finde es sogar besser als Hanuta. Weil die harte Waffel von Hanuta geht mir ein bisschen auf den Geist. Weil die krümelt immer und zersplittert und es ist halt hart. Hier ist es weich. Stell dich einfach mal vor, Hanuta mit einer weichen Waffel. So schmeckt das. Also wirklich nicht schlecht. Haselnusscreme, Nüsse drinne, weiche Waffel. Ja, die Waffel schmecken ein bisschen künstlicher. Bisschen günstiger, als du die vom Mannerrohr denkst. Was passiert hier im Mund? Für eine Geschmacksexplosion aber die Haselnusscreme hier ist auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Mh. Schon lecker. Aber kann ich euch jetzt nicht sagen, boah, ist non plus ultra, wenn Manner existieren. Manner ist so viel krasser noch. Und was hatte Manner für geile Editions, ne, Winter Edition mit Bratapfel, mit Spekulatius und alle solche Sachen, die waren auch absolut fantastisch. Dann natürlich die normalen, schenken das hier komplett in die Pfanne. Also wirklich komplett zerstört durch Manner hier. Das Geschmackserlebnis. Aber es schmeckt trotzdem super gut. Aber die Waffel, das ist halt die Kritik, die schmeckt ein bisschen künstlich und ja, halt nicht so hochwertig, wie ich sonst gewohnt bin vor anderen Sachen. Aber die Creme, die Haselnusscreme, die ist super. Da kannst du nicht meckern. Bedeutet, ich gebe den hier 7,5 von 10 Punkten. Schmeckt super gut. Aber es gibt bessere Alternativen. Sprich, kauft einfach Manner. Kauft einfach Manner. Ich weiß nicht, ob das günstiger ist, ob das leichter zu bekommen ist, da mehr drin ist. Ich glaube nicht schon. Aber ja, ich würde da lieber zu den Meistern greifen. Aber wenn ihr es seht und mal probieren wollt, schmeckt auch. 7,5 von 10. Das war der knallharte Taste Test für heute. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es wieder gerne formulieren und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Schreibt eure Meinung gerne in den Kommentaren zu diesen wunderschönen Aua-Haseln erschnitten, falls ihr schon mal gegessen habt. Für mich interessiert, ob ihr die Waffeln auch etwas sonderbar findet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Stay awesome. Eure Cecile. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da wirst und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen abonnieren und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao.